Hallo, ich grüße Sie. Es gibt Sie also, die Mehrwerte der Digitalisierung. Nur entstehen Sie erst auf Stufe 2 unseres Drei-Stufen-Modells, deren Grundlage das Inverted Classroom-Model mit einer vollständig digitalisierten Inhaltsvermittlungsphase ist. Dadurch wird eine orts- und zeitunabhängige, selbstgesteuerte Inhaltserschließung möglich. Und in der Präsenzphase können die erschlossenen Inhalte anschließend gezielt vertieft werden. Und aus diesem Inverted Classroom-Model lassen sich nun gewaltige Mehrwerte generieren. Allerdings erschließen sich diese nur allmählich und sie beziehen sich primär auf neue Kurskonzepte und die dadurch entstehenden Studierbarkeitseffekte. Ein solches Konzept ist das Zwei-in-eins-Konzept. Es bietet für unterschiedliche Zielgruppen die entsprechende digitale Inhaltsvermittlung an und führt diese Gruppen oder Kohorten im Hörsaal zusammen. Kurz gesagt, es ist ein Lehrkonzept, bei dem zwei Kurse wie ein einziger in einem Hörsaal abgehalten werden. Spielen wir das einmal im Detail durch. Viele Fächer oder Fachbereiche bedienen zum Beispiel Bachelor- und Lehramtsstudierende. Doch anstatt deren Lehrveranstaltungen inhaltlich auf die jeweiligen Kohorten auszurichten, werden meist nur Pauschalangebote gemacht und beide Gruppen mit den gleichen Inhalten in einer einzigen Lehrveranstaltung versorgt. Nur mit dem entsprechenden Lehrpersonal und mehreren gleichzeitig verfügbaren Räumen lässt sich diese Zielgruppenproblematik in der klassischen Lehre vermeiden. Digitalisiert lässt sich das Problem sehr elegant lösen. Wir bieten einfach zwei inhaltlich auf die jeweiligen Kohorten zugeschnittene digitale Inhaltsvermittlungsphasen an, also im Prinzip zwei Kurse, bei denen ja wie bereits im Video über Mehrwerte gezeigt zusätzlich die inhaltliche Quantität garantiert werden kann, also ein weiterer Mehrwert. Im Hörsaal, wo ja nun durch gezieltes Üben die Inhalte vertieft werden, platzieren wir die beiden Kohorten entsprechend und versorgen sie mit Übungsmaterial, das für sie maßgeschneidert ist. Die einzige Herausforderung bei dieser Methode stellt sich für uns Lehrende. Denn nun haben wir es in der Präsenzphase mit zwei Kohorten zu tun, die zeitgleich an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten. Das erfordert höchste Konzentration. Aber sind wir nicht genau deshalb Lehrer geworden, um solche Herausforderungen anzunehmen und zu meistern? Und noch etwas. Die Alltagswirklichkeit zeigt, dass das 2 in 1 Konzept in der Praxis oft ein 1,x zu 1 Konzept ist. Es handelt sich nur selten um zwei völlig unterschiedliche Kurse, die parallel angeboten werden, sondern meistens um Kurse, die sich nur in einigen wenigen Lerneinheiten voneinander unterscheiden. In unserer Lehrveranstaltung Introduction to Linguistics für BA und für Teacher sind das gerade einmal drei Lerneinheiten. Im Extremfall können es aber tatsächlich zwei komplette Kurse sein, die in der 2 in 1 Variante angeboten werden. Nämlich dann, wenn für die zu vermittelnden Inhalte kein Personal oder für die Vertiefungsphase keine Unterrichtsräume bereitstehen. Die Digitalisierung der Lehre auf Stufe 2, also im Inverted Classroom, bietet somit nicht nur neue Möglichkeiten für die Lehre, sondern sie löst auch noch Probleme der klassischen Hochschullehre. Dass dies nicht der einzige Vorteil der Integration digitaler Lehr- und Lernmaterialien in die Inhaltsvermittlung ist, zeige ich in einem weiteren Video über unser FLOC-Modell, das flexible on-campus-Kursmodell. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.